Jo Leute, ich bin Willis Dix und heute werden wir mal ein bisschen Pack-Opening machen und zwar bei diesem Schwarzmarkt hier Sieht ihr auch jetzt diese COD-Punkte hier Können Sie sich ungehen, sondern nicht kaufen, aber jo, nur Wir nehmen die normalen Kryptos, 100 haben wir heute dabei Oh, die neue Animation ist ja viel cooler Staub, ja, okay Nichts, nice, können direkt neuen Handel machen Ja Ja Shiver, ja, so eine Scheiße Ja, und jetzt? Achso Ich mache auch mal neu auf, denn die Animation, die finde ich irgendwie nice Och, man sieht gar nichts Staub, das ist eine neue Tarnung, wie es scheint Staub, ja, ganz ehrlich So, jetzt aber Selten Nice, Sonnenschein sieht gut aus Das war scheiße So, Hälfte haben wir Ah, nee Fadenkreuz habe ich auch noch nie gezogen Die habe ich schon mal gezogen Ich glaube, oh, 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 nein Jetzt kommen selten Nein Och, Mann Tarnung, Tarnung, ja, das ist eh die Beste Komm, noch vier Ja, selten Nice für die Weevil Sonnenschein, Alter Ich mag die Tarnung Ja So, jetzt Schade Werde Gut Letzten zwei Na gut So, jetzt, come on Ja, komm, da ist doch jeder Legendäre Oh, fuck Warum ziehe ich auf einmal so viele Reflexfadenkreuze Ich bin noch nie gezogen Huch Ne, hier Letzten Pack Okay Jetzt geht's los Na, come on Ja Nein Oh, Brandfacke ist so eine hässliche Tarnung Warum ist die überhaupt legendär So, dann würde ich sagen Werden wir Die Klasseneditore Die Klasseneditore Aufmachen Und dann für die Weevil mal hier Eine Tarnung Oh, ja Sonnenschein Die sieht doch nice aus, oder? Dann haben wir die noch für die Faro bekommen Auch Sonnenschein Ah, Pixel Ja, cool Sonnenschein Ich find die nice Was haben wir noch? Ach ja, genau Rotpump Zwei Ah, das ist doch Pff Musikenkarten So Normal Bereit Hatte ich doch noch nicht Hä Aber ich hab die doch schon einmal gezogen Na gut Na ja War jetzt nicht das Beste dabei Aber Nun ja War Da machst du nix Ne Doppelte? Neun Doppelte Leute Bonus Bonus So, die letzte Kiste Jetzt Sie hat sich neun Doppelte gezogen Ist schon krass Oh ja, nice Alter Alter Drache Ruinen Körperthema Das kommt aufs Tumpnail So, direkt Screenshot Nice Das gucken wir uns direkt mal an Da lass ich mir Das nicht nehmen Oh Zum Schluss Mal was rausgeholt So, jetzt Schwarzmarkt Drache Oh, nice Alter Richtig 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 Cool Das ist schon nice Weil hier gibt es eigentlich nur scheiß Tarnungen Er sieht überall kacke aus Ja, vielleicht kriegen wir das hin Aber das soll es dann auch gewesen sein Mit dem kleinen Pack-Opening Drops war jetzt wie gesagt Ich so Gut Der hat's nochmal rausgerissen Der ist eigentlich richtig nice Bis zum nächsten Mal, Leute Tschüss